Was soll ich denn damit? Na, dich verteidigen. Falls dir mal jemand von den Flüchtlingen zu nahe kommt. Was meinst du denn jetzt mit die Flüchtlinge? Damit hat Opa uns schon vor den Russen beschützt. Vor den Russen? Als die Türken kam, hatte sie mir vererbt. Türken? Und jetzt vererbe ich sie dir. Gut, wa? Alles klar. Danke, Jana. Pass auf die Jeet. Ich geh mal. Ist die echt? Ich befürchte, ja. Meinst du, damit haben die Juden erschossen? Nein, Mann. Das ist eine ganz normale Pistole. Nazi-Pistole. Kannst du mir die ausleihen? Kriegste morgen wieder. Was willst du denn damit? So ein Typ macht Faxen und ich will ihn Angst machen. Murat! Was denn? Das ist eine richtige Knarre. Ja, Hund, ich bin doch kein kleines Kind. Ey, die ist geladen, Murat. Ich hab's doch nur für den Typen, Mann. Hä? Junge, ich will doch nur einmal was von dir auskippen, oder was? Ich hab's doch nicht gesagt, ich geb's dir den Bermitermann. Was diskutierst du denn die ganze Zeit? Man fragt mich schon. Hier! Murat! 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 Ey! Jens! Hi! Hi! Na? Das ist Said aus dem Notlager? Ja. Hi! Er spricht kein Deutsch. Die Polizei, die kann jeden Moment hier sein. Kann der vielleicht in den Schrank? Der Schrank? Nee, der ist besetzt. Da ist Murat drin. Was? Murat ist im Schrank? Ja, der ist tot. Was? Um... Bitte, wer ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte. Das war nicht mit Absicht. Okay. Police. Das war ein Unfall. Police. Jetzt! Okay, okay. Sie sind Murat Öztürk? Mhm. Sieht dein Mann aus wie der auf dem Foto? Er hat abgenommen. Ja. Sehr herrlich. Sie beide, bitte setzen. Umdrehen. Was? 14, 2 hört. 14, 2 kommen. Ich habe hier die Durchgabe von der Zentrale wegen der Personenbeschreibung. 14, 2 hört. Gesucht wird ein Mann mit groß, dunkler Haare, durchschnittliche Statur, möglichen Migrationshintergrund. Machst du mal eine schöne Ratte. Oh Gott! Sag mal, habt ihr sie noch alle? Du hast gute Reden. Komm! Das wollen wir doch nicht mit Absicht! Ich bin's nur! Hab mein Schal vergessen! Du, Mama, ich, ähm, ich möchte die Wache nicht. Das war's für mich. Ich bin's nur! Ich bin's nur! Ich bin's nur! Ja! Ich bin's nur! Vielen Dank. Vielen Dank.